Christoph Maria Herbst liest Resturlaub von Tommi Jaut Das ganz nett machen, weil das geht echt nett. Fränkische Weisheit Leberkäse mit Hut Spätestens wenn dir einer deiner besten Freunde einen Strafzettel hinter den Scheibenwischer klemmt, ist es Zeit, über ein paar grundsätzliche Dinge nachzudenken. Doch so weit war ich damals noch nicht. Damals. Das ist jetzt genau vier Tage her. Wutschnaubend kämpfte ich mich an diesem Nachmittag durch die flirrende Sommerhitze der touristenverseuchten Bamberger Altstadt vorbei an Großgruppen von schnatternden Japanern und Busladungen steifer Senioren. Ich wollte den Mann stellen, der mir den Strafzettel verpasst hatte. Checko. Und natürlich erwischte ich ihn dort, wo man ihn immer erwischt zur Mittagszeit. An einem der blank gescheuerten Holztische im Schlenkerla, einer über 300 Jahre alten Gaststätte. Das Schlenkerla ist eine Institution in Bamberg und es schenkt ausschließlich Bier aus, das so schmeckt, als sei gerade ein Schinken und eine Tüte Barbecue-Chips hineingefallen. Das echt Schlenkerla-Rauchbier. Ich sah Checkos Uniform schon durchs Fenster. Doch erst der Bierkrug in der linken Hand und die Leberkässemmel in der rechten ließen eine eindeutige Identifizierung zu. Uniform plus Leberkäs plus Bierkrug gleich Checko. Und als Checko sich schon vor langer Zeit aus seiner dunkelblauen Dienstkleidung herausgefuttert hatte, sah er inzwischen selbst ein wenig aus wie ein Leberkäs, oder genauer wegen der offiziellen Mütze auf seinem Kopf, wie ein Leberkäs mit Hut. Durch die offene Tür betrat ich den dunklen Gastraum mit seiner niedrigen, braunen Holzdecke und wurde von Babsi, der Bedienung, sofort mit einem herzlichen »Der gräulich« begrüßt. Energisch zog ich mir einen der hellen Holzstühle mit dem Herz in der Lehne heran und hielt einem erschrockenen Checko mein frisch gezapftes Knöllchen vors Gesicht. »Mensch, Bitchi, da kriegt man ja ein Herz, Kasper«, stöhnte er in breitesten Mittagspausenfränkisch. Ich setzte mich. Checko blickte zunächst auf meinen Strafzettel, dann auf mich und stellte erst dann seinen Bierkrug ab. »Wenn du Touristen aufschreiben würdest statt deiner Freunde, würde dich auch keiner erschrecken.« Ich muss wohl ziemlich energisch geklungen haben, denn nicht nur Checko, sondern auch die dralle Babsi am Ausschank warf mir einen missbilligenden Blick zu. Checko wischte sich einen Senfrest aus dem Bad, kaute zu Ende und deutete auf mein Knöllchen. »Der blaue Golf vor der Reinigung?« »Der blaue Golf vor der Reinigung, genau.« »Der, wo im eingeschränkten Haldeverbot gestanden war, für mehr als wie fünf Minuten?« Ich konnte es nicht fassen. Da geht man zusammen zur Schule, fährt neunmal zusammen nach Mallorca, trinkt eine Million Bier miteinander und dann so war's. Ich atmete tief durch, dann legte ich die Hand auf Checkos Schulter. Irgendwas Grundsätzliches schien da zwischen uns gerade schief zu laufen. »Checko, du weißt, dass das mein Golf ist. Der Golf, den ich seit drei Jahren fahre. Der Golf, mit dem wir beide ab und zu nach Nürnberg fahren oder ins Freibad.« Checko nickte. »Klar, dein Golf. Ich kenn doch deinen Bitte-kein-Bitt-Aufkleber hinten drauf.« »Und warum zum Teufel schreibst du mich dann auf?« schnaubte ich und hielt das Knöllchen mit Zeigefinger und Daumen über Checkos Rauchbier. Ungerührt schob er den gesamten Rest seines Brötchens in sich hinein. Offenbar hatte Checko Angst, wegen einer überraschenden Sturmflut oder eines fränkisch-bayerischen Bürgerkrieges wochenlang nichts mehr zu essen zu bekommen. Die dralle Bedienung mit der gezimmerten CSU-Frisur nickte fränkisch vom Ausschank zum Herr rüber. Richtig, unser fränkischer Akzent manifestiert sich nicht nur in der Sprache selbst, sondern auch in Gestik und Mimik. So beinhaltet der soeben von Babsi dargebotene typisch fränkische Nicker meist zugleich Angriffslust, Übellaunigkeit, aber auch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit. »Was kriegst du denn?« »Nix.« »Das geht nicht.« »Dann halt ein kleines Bier.« »Hammer nicht.« »Mein Gott, dann halt auch ein Rauchbier.« »Na also.« Checko hatte seine Leberkässemmel in der Zwischenzeit vollständig vernichtet. »Warum ich dich aufschreib?«, wiederholte er und schnappte sich den Strafzettel noch, bevor ich ihn in seinen Krug fallen lassen konnte. »Da steht's doch. Du warst in der Kasernstraße länger als wie fünf Minuten im eingeschränkten Haldeverbot gestanden.« »Checko, Biene und ich wohnen da. Ich muss irgendwo parken.« »Das habt ihr doch gewusst, bevor ihr da hingezogen seid.« Ich warf den Strafzettel in Checkos Krug. »Menno, lasst es!« Ich schaute mich in der rustikalen Stube nach Hilfe um. Es bot sich keiner an. Kein Jack Bauer von der CTU und auch kein Bruce Willis. Nicht mal Johannes B. Kerner, der Checko mit einem betroffenen Blick und einem »Und das ist mir jetzt persönlich wichtig« hätte einschläfern können. Stattdessen blickte ich in die verständnislosen Augen der Drallen Babsi, die einem älteren Touristen mit einer Radkarte gerade eine Spezi gebracht hatte. Mein Seidler Rauchbier kam und ich nahm einen großen ersten Schluck. Wie immer schmeckte es scheußlich am Anfang. Rauchbier, das muss man wissen, wird erst ab dem dritten Krug genießbar. »Ja, wenn Sie falsch gestanden sind, dann sind Sie falsch gestanden«, kommentierte Babsi achselzuckend und stapfte in Richtung Ausschank. Checko hatte inzwischen die in Rauchbier getränkte Bedrohung unserer Freundschaft zum Trocknen über zwei Bierdeckelhäuschen gelegt. »Das tut mir jetzt echt leid, Bitchi, aber ich kann da kein Ausgleich.« »Ausnahmen machen. Aber wir sind doch Freunde«, protestierte ich. »Ja, klar, sind wir Freunde. Aber trotzdem kann ich nicht das eine Auto aufschreiben und das andere nicht, bloß weil ich jetzt jemanden kenne. Jemanden? Na, dich halt.« Ich zog den Strafzettel von den Bierdeckelhäuschen ab und warf ihn wieder in Checkos Crew. »Mennoh«, sagte Checko und klang dabei wie ein siebenjähriger Rotzlöffel, dem man im Freibad sein Wassereis wegnimmt. »Schreib doch die Schwaben auf, die sich mit ihrer Klorollen-C-Klasse quer vors Rathaus stellen oder die ganzen Fischköpfe, fremde Kennzeichen halt.« »Na, na, na«, schimpfte Babsi. »Wir müssen schon ein wenig tolerant sein.« »Das finde ich auch«, ergänzte der Rattourist vom Nachbartisch ungefragt. »Du nimmst ihn also nicht zurück?«, fragte ich Checko, wobei ich den Strafzettel genüsslich in den übrig gebliebenen Leberkäs-Senf drückte. »Das kann ich nicht machen, weil...« »Das echt nicht geht. Die Daden sind längst in die Zentrale gefunkt. Am liebsten hätte ich auch Checko mitsamt seiner Daden in die bescheuerte Zentrale gefunkt. Checko, der sich seinen Spitznamen bereits in der Grundschule verdient hatte, weil er immer der Letzte war, der irgendwas begriff. Checko, der sich inzwischen munter über die 100-Kilo-Grenze gefuttert hat und als einziger meiner Freunde ein Vollbart trägt. Checko, der mit seinen zarten 36 Jahren immer noch bei seinen Eltern wohnt und lieber Playstation spielt, als mit Frauen auszugehen. »Ordnung muss halt immer sein, gräulich«, tröstete mich die Dralle Babsi. »Genau«, bestätigte der Rattourist. Ich trank frustriert mein Bier leer und verabschiedete mich von Checko. »Okay. Dann bis heute Abend?« »Bis heute Abend.« Ich war schon an der Tür. Da drehte ich mich noch einmal zu Checko um. Er tat mir plötzlich leid, wie er so gefangen war in seiner kleinen Welt des geordneten, ruhenden Verkehrs. Auch er schaute noch einmal zu mir rüber, wie ein Kind, das gemerkt hat, dass es etwas falsch gemacht hat, aber noch nicht so ganz weiß, was. »Ich geb dir nächste Woche ein Bier aus auf Malle, okay?« lautete sein Angebot der Wiedergutmachung. »Ach Gott, ja, Malle«, seufzte ich. Unseren gemeinsamen Urlaub hatte ich schon wieder verdrängt, wahrscheinlich, weil ich mich nicht gerade übermäßig freute auf den mittlerweile zehnten Trip nach El Arenal. Und dann stand da auch noch eine klitzekleine Kleinigkeit zwischen mir und diesem Urlaub. Die Hochzeit meines besten Freundes. Der Plan der Ente. Die Hochzeit meines besten Freundes war eigentlich die Hochzeit meines letzten Freundes. Arne war aus einem einfachen Grund mein letzter Freund, weil er von all meinen Freunden der einzige war, mit dem ich über alles reden konnte. Und weil er der einzige war, in dessen Augen noch ein wenig Restleben und Rebellion funkelten. Arne hielt Café Del Mar nicht für eine neue Eisdiele und Drum and Bass nicht für einen neuen Drehtabak. Und nun wollte er ausgerechnet Biggie heiraten. Oder sie ihn. Jedenfalls stand nach Jahren des Hin und Her der Termin fest, an dem unsere Freundschaft auf Eis gelegt werden würde. Diesen Samstag. Ich konnte ihn einfach nicht verstehen. Arne, der drahtige Modellathlet und siebenfache oberfränkische Meister im Rudern, wollte sich tatsächlich ein Leben lang an eine Frau ketten, die ebenso pummelig wie schlecht gelaunt war. Aber vielleicht war sie das ja nur, wenn ich in der Nähe war. Denn die Antipathie bestand seit Jahren auf Gegenseitigkeit. Fast hätte man meinen können, dass sie eifersüchtig war auf den Spaß, den Arne und ich immer hatten, wenn sie nicht dabei war. Am liebsten hätte sie Arne wohl den Umgang mit mir verboten. Aber weil das nicht ging, regte sie sich nur auf. Wenn Biggie sich aufregte, und es tat sie eigentlich dauernd, dann ähnelte ihre Stimme dem Quaken einer Ente. Ich fand es eine gute Idee, sie auch so zu nennen. »Heirate sie nicht,« hatte ich Abend für Abend beim Bier zu Arne gesagt. So oft hatte ich es wiederholt, dass Arne gar kein Bier mehr mit mir trinken wollte. Also änderte ich meine Meinung in »Mach, was du willst«. Wenigstens ersparte es mir meine Ehrlichkeit, Trauzeuge zu sein. Ich konnte dem Trauerspiel also mehr oder weniger unbeteiligt beiwohnen. sich trauen.